HOMAG City, die HOMAG Group, präsentiert die Werkstatt der Zukunft in der Metropole der Holzbearbeitung. HOMAG präsentiert sich ja nicht nur klassisch und solide auf Messen, nein, zur Pflicht gehört bei HOMAG auch immer die Kür. Ein ganz besonderes Konzept, eine besondere Art und Weise der Präsentation auf Messen. Alessandra Brokisch, Sie sind Marketingleiter bei der HOMAG Group. Was ist denn dieses Jahr das Highlight? Wie sieht Ihr Konzept aus? Ja, die HOMAG Group präsentiert dieses Jahr das gesamte Präktiv-Produktprogramm und das ist mehr als nur Einzelmaschinen oder eine Werkstatt. Wir präsentieren Gesamtkonzepte, wir möchten unsere Kunden inspirieren, wir haben eine ganzheitliche Lösung für unterschiedlichste Anforderungen, wie zum Beispiel die Werkstatt der Zukunft. Jetzt bin ich gespannt, Werkstatt der Zukunft, was bedeutet das, wie sieht die aus? Ja, genauso individuell wie die Anforderungen unserer Kunden. Jeder Kunde hat andere Bedürfnisse und Anforderungen. Das beginnt bei der Lagerhaltung. Da haben wir Lagerlösungen, die direkt in die Säge reingehen oder auf eine Nestingmaschine. Wir haben aber auch Standardsägen mit Kundenanleihmaschinen für den kleineren Betrieb. Dann folgt natürlich die ganze Technik im Bereich CNC-Bearbeitungszentren über Schleiftechnik von Bütfring mit neuen Produkten, die speziell für hochwertige Möbel mit furnierten Oberflächen geeignet sind. Oder aber dann auch Korpuspressen bis hin zur Verpackung. Ein neues Konzept, wo Sie 30% Kosten bei Verpackung einsparen können. Wir haben da uns sehr viel überlegt und das Ganze noch unter dem Deckmantel mit EcoPlus. Wir sparen bis zu 30% Energie ein mit all unseren EcoPlus-Features, die es individuell nur bei der HOMAG-Gruppe gibt. Das sind über 100 Maßnahmen und so sparen wir der Umwelt jährlich rund 80.000 Tonnen CO2 ein. Wir wollen auf jeden Fall nicht an Informationen sparen, deswegen gucken wir uns jetzt eine Software an, die es hier bei HOMAG gibt, die hier präsentiert wird. Und wie die genau funktioniert, das sehen wir jetzt. Niklas Kögel von HOMAG eSolution. Was ist denn jetzt das Besondere an der Software? Das Besondere an unserer Software Woodcut Cam ist, dass wir die Prozesse des Kunden vor der Maschine optimieren. Er bekommt eine Software für Planung, Präsentation und Produktion. Welchen Vorteil hat jetzt der Kunde dabei? Also welchen Vorteil zieht er da raus? Der große Kundennutzen für ihn ist, dass er sichere und schnelle Prozesse in der Arbeitsvorbereitung hat. Eine sichere Konstruktion mit guter Verbindertechnologie, direkte Stücklistenerzeugung und NC-Datengenerierung. Optimiert auf die Maschinen der HOMAG-Gruppe bekommt er bei uns alles aus einer Hand. Software und Maschine. Also das sind wir gewohnt bei HOMAG, da geht es eben wirklich alles aus einer Hand.